Ja, 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 genau. Ich erzähle dir irgendwas. Ich meine natürlich so dieses... Ui, 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 ui. Okay. Ich meine diese Situation, es fängt jetzt schon an, dass die Spieler sich so ein bisschen necken, ein bisschen floppen, wie ich finde. Kontakte werden etwas theatralisch begleitet mit körperlichen Bewegungen. Ja, und das ist halt, das ist fast schon ein Playoff. Das ist mehr als pro A gerade. Kauser bleibt aber drauf. Bank ist ja auch mit drei Fouls drauf bei den Hagenhörn. Und Paderborn schießt weiter, wie verrückt von draußen. Nicht geschadet, wenn da jetzt einfach der Ball mal gelassen worden wäre. Aber ich glaube einfach, es ist schwierig, an der Stelle die Hände wegzunehmen, weil man will einfach jeden Ball, der sich einem bietet, gleich mitnehmen. Super Aktion von Murphy. Sehr gut gemacht. Aber ich gebe dir natürlich recht, was er als Point Guard alles für Qualitäten hat. Das ist unfassbar und er scheint heute gelernt zu haben, wie man den Ball in den Korb befeuert. Ja, absolut. Im anderen Szenario plus 17. Das wird natürlich schwierig. Aber so schnell kann es gehen. Ja. Und wird wieder für sich kreieren. Ja, er macht es selbst. Vorher gar faul. Boom. So schnell geht das. Und schon macht er fünf Punkte in gefühlt 20 Sekunden, vielleicht jetzt sogar sechs. Und da ist Anthony auf einmal wieder. Entschuldige. Jetzt ist schon dieses Ding, Foul Trouble, echt ein bisschen ein Thema für Paderborn. Was wir am Anfang noch ein bisschen locker kommentiert haben. Und Mellen denkt sich, ja, wenn ich keine Anspielstation habe, dann werfe ich das Ding halt rein. Zum nächsten Ausgleich. Und die Wurfquote der Paderborner ist unfassbar heute. Jetzt ist Hagen erstmal wieder gefragt nachzulegen. Und Mann macht es dann wieder selbst. Und er kann es auch selbst. JJ Mann mit dem nächsten Ausgleich, diesmal für drei. Alle anderen Hagener haben nur drei. Von 17. Gut gemacht. Wenn mich meine Augen nicht täuschen, JJ Mann mit 35 Punkten jetzt hier. Und wieder am Ball. Er hat noch nicht genug. Kämpft hier gegen Brock. Der hat wahrscheinlich Bock jetzt 40 Punkte draus zu machen. Wobei wahrscheinlich alle am meisten Bock haben, dass Königs das Spiel hier gewinnt. Und Marvin Omobi sorgt für den nächsten Ausgleich. Da kriegt er den Ball. Macht ihn rein. Sehr schwieriger Wurf. Mann kriegt den Ball noch und macht es wieder selbst. Und macht ihn auch wieder rein. Wow. Nicht wirklich langsam eine 40 Punkte Marke. 37 Zähler auf seinem Konto. Hagen wieder zwei vor. Und Paderborn die letzten zwei Minuten brechen an. Unglaubliches Spiel von JJ Mann. Und Paderborn hält nach. Brock mit dem nächsten Ausgleich. Das würde Paderborn nichts bringen, mit einem Punkt gegen Königs zu gewinnen. Eher hätten sie daran Interesse in Gleichstand zu treten. Aber aktuell ist es so, sie führen mit einem Punkt. Wow. Wir kommen auch gar nicht zum Verschnaufen. Es ist eine unfassbare Partie. Letzte Minute bricht jetzt an. JJ Mann lässt Justin aussteigen. Und dann lassen sie nachpassen, Grayson Murphy. Der Hagen wieder in Front bricht. Von beiden Seiten einfach nur stark gemacht. Qualitativ sehr hochwertiger Basketball. Wahnsinnig wichtiger Stil. Das ist für Krauser die Ausgleichung dreistellig zu machen. Aber trotzdem führen sie nur mit zwei Punkten. Passt nicht. Kessel mit dem extrem wichtigen Rebound. Ja, Paderborn versucht zu foulen. Jetzt kommt es sehr, sehr spät. Das Foul an JJ Mann. Und alle rasten jetzt schon aus. Es sind noch 8,8 Sekunden auf der Uhr. Hagen den Sieg schenken und Hagen die Playoffs schenken. Und auch das könnte man kaum besser einsteilen. Dass der Spieler des Spiels mit einer unwahrscheinlichen Punktzahl von Stand jetzt 39 Punkten auch noch diese letzte Szene oder vermeintlich letzte wichtige Szene. Ja, zu Recht. Weil ich finde, dass einfach beide Mannschaften losgelöst vom Ausgang der Partie eine ganz, ganz brillante Leistung hier gezeigt haben. Beide Mannschaften haben unheimlich gut gekämpft. Beide Mannschaften waren in der Offensive und in der Defensive höchst konzentriert. Schade, dass es an der Stelle nur einen Gewinner geben kann.